Ich verstehe ja, dass ihr mich retten wollt, aber der richtige Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Zuerst benötige ich etwas von meinem Besitz. Die Gorillas und Affen auf der anderen Seite der Insel haben das meiste davon gestohlen. Ich brauche meine Tiara, meinen Zepter, meine Pantoffeln und mein Tagebuch. Dann bin ich bereit zur Abreise. Was? Sieht mich nicht so an, als wäre ich irgendeine Verrückte. Ich verstehe nicht, was es bedeutet, Prinzessin zu sein. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Ich verstehe nicht. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr wollt sprechen? Oba betrachtet ihren Besitz. Es scheint alles gut zu sein. Also gut, dann bin ich bereit, gerettet zu werden. Habt günstige Winde.